Musik Unser Besuch im Brandner Tal hätte dieses Jahr abwechslungsreicher nicht sein können. Mit der zweitägigen Chesaplaner-Tour und der Abendwanderung auf Schillerkopf und Mondspitze kamen die Gipfelziele auch in diesem Jahr nicht zu kurz. Musik Das Kontrastprogramm zu den Gipfelzielen war die Genusswanderung am Börserberg. Während der Tour hatten wir die Möglichkeit, die regionalen Produkte der unterschiedlichen Almen kennenzulernen. Musik Am meisten imponiert hat mir die zweitägige Chesaplaner-Rundtour. Musik Der steile Aufstieg zur Mannheimer Hütte, die Gletscherüberquerung und das sagenhafte Gipfelpanorama machen die Tour zu einem einmaligen Erlebnis. Musik 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 Mein Highlight in diesem Jahr war der Sonnenuntergang an der Mannheimer Hütte. Musik Die Lage am Fuße der Chesaplaner und das einmalige Panorama bis zum Bodensee haben mich schwer beeindruckt. Musik Ich kenne nur wenige Orte, die so eine mächtige Atmosphäre ausstrahlen. Musik Wir sehen uns in Brandner Tal. Schmidt Musik 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 Vielen Dank.